Hallo und herzlich willkommen in dieser ganz besonderen Folge. Ich habe nämlich eine Gästin dabei, meine Frau. Und das ist ja das meistgefragte Video in den letzten, ja, unser Geburtsbericht unseres zweitgeborenen Kindes. Die jetzt schon über ein Jahr ist. Die jetzt schon über ein Jahr ist. Und jetzt kommen wir dazu, weil sie jetzt beide in den Kindergarten gehen, noch einmal Revue passieren zu lassen. Und ja. Mir wird schon ganz kribbelig. Ich habe schon wieder alles vergessen. Deswegen seid gespannt und viel Spaß dabei. Hallo. Was denn? Ich fühle mich wie so ein schöner Gast hier auf deinem Stuhl, in deinem Büro, in unserem Haus. Aber ich bin ja nie. In diesem Zimmer bist du, in deinem Haus. In diesem Zimmer. Ich hoffe doch, du bist ab und zu mal hier. Ja, aber nicht in deinem heiligen Büro. Nein, du wolltest über die Geburt sprechen, die zweite Geburt. Und dazu muss man auch sagen, wer den ersten Geburtsbericht noch nicht kennen sollte, wäre natürlich jetzt interessant, den im Vorfeld nochmal anzuschauen. Genau, also Stopp, Pause. Ihr müsst euch das jetzt erstmal hier ausmachen und den ersten euch angucken. Genau, den verlinken wir euch hier oben und mal sehen, wie sehr der sich von dem zweiten jetzt unterscheidet. Hätten wir uns ja auch nochmal vorher angucken können. Ja, haben wir jetzt nicht gemacht. Aber es ist ja alles hier gespeichert. Ja, aber es ist jetzt schon, ich würde den ersten jetzt, glaube ich, schon anders erzählen, nachdem ich die zweite Geburt gehabt habe. Deswegen macht man das ja auch direkt nach der Geburt eigentlich, um so die wahren Emotionen noch mitzunehmen. Ja, ja, ja. Wie war es denn? Anders als die erste Geburt. Sehr viel anders. Sehr viel heilender, würde ich fast sagen. Heilender? Ist das irgendwie komisch? Weiß ich nicht. Heilender von der ersten Geburt jetzt? Hattest du einen Geburtstrauma bei der ersten Geburt? Nee, das nicht, aber es war irgendwie, also es war auf jeden Fall mehr so ein Überfall. Und bei der zweiten Geburt weiß man einfach viel mehr, was auf einen zukommt. Was mehr einen drauf freuen. Ja, mehr einen drauf freuen und auch mehr einen sich auf den Körper verlassen können und wissen können, dass mein Körper das kann, weil ich es ja schon mal erlebt habe. Ja, ich glaube, unter der ersten Geburt habe ich am laufenden Band gesagt, ich schaffe das nicht. Obwohl du ja den weltbesten Geburtsvorbereitungskurs hattest. Ja, habe ich ja nicht gemacht. Das war ja das Problem. Also in die erste Geburt bin ich ja völlig unvorbereitet reingegangen, weil ich dachte, ich habe ja meinen Mann an meiner Seite. Aber das war einfach das Dümmste, was ich machen konnte. Also vorbereitet sein hilft schon. Vorbereitet sein ist das A und O bei der ersten Geburt. Das würde ich jedem empfehlen. Das ist so wichtig. Und trotzdem, ich glaube, trotzdem kann man erst hinterher sagen, wie es halt war. Also ist ja klar. Ja, du weißt halt nicht, wie sich das anfühlt alles. Genau. Deswegen, aber in der Theorie zu wissen, was auf einen zukommt, ist halt schon mal. Ja, das ist schon mega. Ja. Aber ich war so, also ich war schon von der ersten Geburt so völlig überrumpelt, muss ich sagen jetzt so. Gerade wenn man so die zweite Geburt jetzt hat. Also so völlig hilflos an vielen Momenten auch, weil man einfach nicht weiß, was passiert mit mir, was passiert mit meinem Körper. Obwohl man es ja schon weiß, aber dieses Gespür einfach, also es ist so ein, fast so ein krass abartiges Gefühl, dass ein Kind aus einem rauskommt. Ich meine, das ist ja auch ein verrücktes Etwas. Und das hat man ja dann bei der Geburt Nummer zwei auf jeden Fall schon erlebt. Und man weiß ja dann auch, dass man das kann, dass man das geschafft hat und ist somit viel mutiger mit seinem eigenen Körper und mit seinem Ich. Also ich bin da mental ganz anders rangegangen diesmal. Ja. Man fühlt ja auch irgendwie die Veränderungen in der Schwangerschaft oder auch in der Geburt dann bewusst. Ja. Vielleicht kannst du das einfach mal sagen, was so der erste, also zur zweiten Schwangerschaft so die Unterschiede sind. Also erstmal muss man sagen, haben viele, viele, und das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, den Stress, was machen wir eigentlich mit dem ersten Kind, wenn es losgeht. Das war eine, also das war so, wir waren gar nicht so, irgendwie vor der Geburt hatten wir jetzt nicht Panik oder sowas, sondern es war echt, was machen wir mit diesem großen Kind, das noch nicht bei Oma und Opa schlafen kann oder möchte, dass die Einschlafbegleitung wirklich routiniert ablaufen muss mit Mama und Papa. Was machen wir dann? Der hat ja bis dato auch noch nie irgendwo anders geschlafen. Bis heute nicht, genau. Ja, und gerade auch die Einschlafbegleitung, wenn es losgeht, die Routinen, die müssen ineinander greifen, sonst geht das alles nach hinten los. Und wir dachten, okay, wenn es morgens losgeht, was machen wir dann? Wenn es mittags losgeht, wenn es nachts losgeht, oh Gott. Oh Gott. Dann müssen wir irgendwie Opa und Oma dazuholen und dann uns rausschleichen, was ist, wenn sie wach wird. Also das war der größte Stress. Aber wir hatten sie auch schon ziemlich gut vorbereitet, ne? Ja, genau. Auf jede Situation. Wir haben das kommuniziert, dass da ja natürlich irgendwann dieses Baby auf die Welt kommt und dass das zu jeder Tages- und Nachtzeit sein kann. Und das erfrage ich jetzt auch aktiv in der Praxis, weil da reden die Frauen auch nicht drüber. Und wenn ich sage, und, haben sie dann schon das erste Kind organisiert, wenn es losgeht? Ach du meine Güte, guck mal immer. Watten Stress. Wir wissen überhaupt nicht, was wir machen sollen. Das war auf jeden Fall anders. Und körperlich ist es schon so, dass ich den Frauen, die jetzt das zweite, dritte, vierte Mal schwanger sind, schon sage, das ist alles früher gesenkt. Also auch der Beckenboden und so weiter, das fühlt sich alles tiefer an, als es beim ersten Mal war. Die haben alle Angst, dass da irgendwas unten rausfällt, aber der Beckenboden einfach schon viel früher nachgibt. Und das ändert sich schon. Und du kannst die Schwangerschaften überhaupt nicht vergleichen. Also die eine hatte in der ersten Schwangerschaft null Übelkeiten, jetzt volle Lotte. Kann einfach auch immer anders sein. Total. Und das sage ich auch dazu, weil viele sagen auch, das kenne ich vom ersten Mal gar nicht so. Nee, ist ja auch ein anderes Kind, ist eine andere Lebensphase. Natürlich ist jetzt alles anders. Und ich finde auch, also so die erste Schwangerschaft vom ersten Kind ist, da hat man quasi insgesamt so ein, das ist wie so ein Heiligtum, so gefühlt. Man ist ganz vorsichtig, auch mit seinem Körper und so weiter. Und bei der zweiten Schwangerschaft, wenn man da dem großen Kind hinterher rennen muss beim Kindertun und sonst was, das schleppt die Einkäufe, schleppt das Kind. Bitte nicht schwer heben, alles über 15 Kilo, lassen Sie es mal lieber sein. Und jetzt sehe ich so Mütter mit zwei Kindern jonglieren, noch einen Einkauf auf dem Kopf. So, und es geht auch alles gut. Also das geht halt einfach irgendwie, da ist man auch einfach nicht mehr ganz so vorsichtig. Und ich war, kann man ja direkt schon drauf eingehen, ich war viel experimentierfreudiger mit meinem eigenen Körper. Was heißt das denn? Naja, das heißt, dass ich zum Beispiel super interessiert war an meinem Muttermund. Ja, stimmt. Und das hätte ich in der ersten Schwangerschaft irgendwie niemals gemacht. Das war so, weiß ich nicht, noch so weit weg. Da fasst man nicht hin. Tabu, ja, aber auch, ich meine, obwohl man zwar Mentrationstassen und so ja schon hatte, ne, aber so, ich finde, wenn da halt ein Baby im Bauch ist, dann lässt man das da unten so in Ruhe. Das war, weiß ich nicht, bei der ersten Schwangerschaft war das so für mich total Verbot, also, ne, irgendwie. Und beim zweiten Mal war ich so richtig voll interessiert, was ändert sich jetzt bei meinem Körper, taste ich da schon was, ist der Muttermund, ne, das wird ja, also, wenn, das war dann wirklich ja, als das Köpfchen dann weiter runtergerutscht ist, dann habe ich ja wirklich diesen Kopf noch mit geschlossenem Muttermund quasi, ne, getastet. Und dann irgendwann ging er auf, das war super, krass spannend. Ist der Megaskill, oder? Mega, ne, dann konnte ich das voll gut sagen, so, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, aber. Ich glaube, ich habe auch gar nicht untersucht, oder? Beim zweiten Mal? Nee. Nee, siehst du? Hast du gesagt, du, drei, vier Zentimeter, lass mal losdengeln. Nur, als wir da im Krankenhaus waren, hat die Hebammen untersucht, weil mich hat kein anderer einmal, ich habe das alleine gemacht, ja. Und siehst du, beim ersten Mal habe ich da noch getastet und geguckt. Ja, bin da noch. Das ist der krasseste Skill, den eigenen Muttermund, wenn man drankommt. Also, es gibt natürlich auch sehr lange Vaginas, wo man überhaupt nicht drankommt mit den Fingern oder sehr kurze Finger. Aber wenn man drankommt, ihr könnt nichts kaputt machen, ihr müsst natürlich gewaschene Hände vorher haben und so weiter, aber sonst ist das so cool, weil ihr gerade am Ende der Schwangerschaft, wo man echt mal ein Ziepen und ein Drücken hat und Vorwehen hat. Macht doch mal einen Post. Wie das funktioniert. Mit Illustrationen machen wir jetzt mal. Machen wir jetzt mal. Wir machen das jetzt mal. Warte mal kurz. Ans Team hier. Ja. Falls ihr das seht, wir brauchen Illustrationen. Nee, ist echt eine gute Idee, weil das unglaublich hilfreich ist. Ja. Du kannst selber sagen, nee, ist alles nur Vor- und Senkwehen, nichts, was zur Geburt führt oder, ja, geht los, wir können die Sachen packen. Genau. Und dann habe ich auch, den Unterschied habe ich auch gemacht, im Vergleich zur ersten und zweiten Geburt, ich habe mir bei der zweiten Geburt einen Geburtsplan für mich, eigentlich in erster Linie für mich geschrieben. Gab es das bei dir schon, als du noch in der Klinik warst, Frauen, die da mit Geburtsplan reinkamen und ist das gut oder ist das gut? Also das eine Personal hat es belächelt und da fand ich schon mal scheiße. Das nächste Personal hat das ernst genommen und ich fand das persönlich aber total hilfreich, weil ich dann sofort wusste, was das für Menschen sind. Also klar, wenn das sehr alternativ, esoterisch so angehaucht ist, aber dann weiß ich doch, was für ein Paar das ist und wie ich mit denen umzugehen habe. Und wenn da steht, ist mir eigentlich alles egal, macht, was ihr wollt, dann weiß der auch irgendwie Bescheid. Für mich war das super hilfreich, dass man vielleicht nicht alles umsetzen konnte. Das hat man aber vorher so kommuniziert, gesagt, wir haben den Plan gelesen, ist alles gut, wir gucken, was wir umsetzen können und wenn es was nicht geht, erzählen wir es auch so. Genau, also Geburtsplan können wir nochmal ausholen. Das ist eigentlich so, wo ihr alles draufschreibt, wie ihr eure Wunschgeburt quasi haben möchtet, wie ihr euch das vorstellt. Noch nicht mal genau vom Ablauf, aber so Do's und Don'ts, ne? Also ich hatte zum Beispiel so Sachen drauf, dass ich keine PDA möchte, dass ich gerne selber Muttermund tasten möchte, dass ich eigentlich komplett ohne Arzt das machen möchte. Also jetzt beim zweiten Mal. Konstantin, geh bitte mal raus. Dass ich so viel wie möglich in Ruhe gelassen werden möchte, dass ich auch keine Musik oder so, ich will da gerne Ruhe haben, ne? Man kann auch sagen, ich habe hier meine CD oder mein... Ja, wir haben schon Happy Metal dabei. Genau, und das brauchen die. Oder dass ich gerne versuchen möchte, auch eine andere HubSposition auszuprobieren, dass ich aber auch, wenn das Baby da ist, das sofort bei mir auf dem Bauch haben möchte und die Nabelschnur ausprobieren... Ja, das ist das Wichtigste für dich, ne? ...machen möchte, genau. Und auch, dass das Baby nicht die Krankenhausklamotten anbekommt, das war mir auch total wichtig, sondern unsere eigenen Sachen. Das sind alles so Dinge, die kann man da draufschreiben, ne? Was einem wichtig ist, da gibt es natürlich ganz medizinische Sachen auch, dass man, keine Ahnung, vom Damm-Schnitt, Damm-Riss, Damm, wie auch immer, ne? Wie schnell oder wie wenig schnell man da vorbereitet oder dass, wenn es zum Kaiserschnitt kommen sollte, wie man das gesagt bekommen möchte, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Klar ist es dann immer in der Situation nochmal was anderes, aber für mich war es einfach gut, das auch mit dir halt zu kommunizieren. Das ist, wie ich das möchte diesmal und ich bin aber auch, das hatte ich auch auf meinem Plan stehen, nicht enttäuscht zu sein, wenn es nicht so kommt. Ja. Das habe ich mir auch fest vorgenommen. Ja, genau. Also, dass man sich nicht dogmatisch vornimmt, so muss es ablaufen, sonst ist es eine Kackgeburt. Ja. Da einfach sagen, das wäre cool, aber wenn es nicht so ist, ist es halt so. Genau. Und genau, also da muss auch nicht jetzt so 20 Sachen draufstehen auf so einem Geburtsplan. Es gab auch manchmal Geburtspläne, da standen zwei Sätze nur drauf. Ja. Eigentlich ist das der Moment, wenn die Schwangere die Augen schließt und sich so ihre Geburt vorstellt. Ja. Und das dann so ein bisschen in Worte zu fassen, das ist der Geburtsplan und ob der dann umsetzbar ist oder nicht. Genau. Ich hatte auch nur mein Mantra irgendwie mit drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Das weiß ich auch nicht mehr. Konstantin ist bei mir. Nee, ich glaube, ich hatte sowas mit Atmen und Lächeln oder so und ich schaffe das. Irgendwie das war das. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Ja, nee, das war es nicht. Das steht auf deinem Arm. Aber irgendwie, es war so ein, ich hatte mir meinen Rhythmus zum Atmen so gemacht und dabei immer, ne. Aber zur Geburt kommen wir ja gleich erst noch. Ja, genau. Aber das war so, das hatte ich zum Beispiel auch draufgeschrieben, um mich da auch nochmal zu ... Das hast du bei der ersten Geburt nicht. Ich hatte gar keinen Geburtsplan gemacht, mir überhaupt gar nicht über Gedanken gemacht, wie das ablaufen soll. Das passt schon. Genau. Ich habe dich dabei, das passt. So habe ich das gemacht. Ging ja auch gut. Ja, aber es war schon ... Heavy. Heavy. Dazu muss man auch nochmal sagen, wir hatten dieselbe Hebamme wie beim ersten Mal, die eigentlich schon mehr oder weniger im Ruhestand ist, aber natürlich auch irgendwo ein Stück weit befreundet ist aus Klinikzeiten und die hat sich da bereit erklärt, Tag und Nacht zur Verfügung zu stellen, wenn es losgeht. Also das ist natürlich auch etwas, was nicht alle Paare von sich sagen können und wir wussten natürlich auch, wie die drauf ist und das passt natürlich alles. Die ist auch sehr, sehr locker, eine ganz entspannte Geburtshelferin, ewig viel Erfahrung und deswegen, ja. Aber die hat mich zum Beispiel bei der ersten Geburt, hat die auch ziemlich viel mit mir gesprochen und mich ziemlich stärken müssen und ... Man spricht ja immer dann mit den Frauen oder mit den Paaren, wenn man so ein bisschen lenken möchte, wenn man so ein bisschen den Weg vorgeben möchte, ohne jetzt zu intervenieren und je weniger jemand spricht bei Geburt als geburtshilfliches Team, desto besser macht man es ja selber und besser ist nicht gemeint mit, du kannst das gut oder du kannst das schlecht, sondern einfach, die weiß schon, was sie tut. Das kann bei einer ersten Geburt super funktionieren, dass das instinktiv gut läuft, das kann auch bei einer zweiten, dritten Geburt nicht gut funktionieren und deswegen hat die beim zweiten Mal ... Ja, genau. Eigentlich haben wir, ja, gut, kommen wir gleich noch. Genau, kommen wir jetzt. Kommen wir jetzt mal los. Ja, die Leute warten drauf, dass du von deiner Geburt erzählst. Jetzt legen wir mal los. Wie ging es denn los? Also es ging eigentlich los schon im Januar, Anfang Januar und Weihnachten, dass ich dachte, jetzt kommt das Baby, weil das schon so tief unten lag, du hattest mich da untersucht, ne? Ja. Und das wäre halt irgendwie vier, fünf Wochen zu früh gewesen und seitdem war ich halt jeden Tag so ziemlich bereit und hab dann tatsächlich viel angefangen, meinen Muttermund zu tasten und es war halt einfach nix und im Endeffekt hab ich ja auch übertragen, ne? Ja. Ein paar Tage drüber. Klassiker, ne? Ja. Also auch wir, auch ich, selbst wenn das Köpfchen tief liegt, selbst wenn man Vor- und Senkwehen hat, ohne Ende, wir können nicht sagen, wann es losgeht. Also ich finde das so cool, ich sag das immer, weil die Frauen wollen natürlich, ich hab keinen Bock mehr, wann geht's los? Und ich sag immer, es ist doch schön, man weiß es einfach nicht, das ist eine absolute Überraschungskugel. Und ich glaube, als es dann zwei Tage nach Termin war, da hattest du auch nochmal gemessen, ne? Und das hattest du mir das Gewicht, was du geschätzt hast, weil es ein ganz schöner Promo war. Ich hab nicht gesagt, ich sag dir jetzt mal nicht, was ich weiß, sondern ich hab's einfach so ein bisschen überredet. Ja, genau. Alles gut, Fruchtwasser ist noch normal, Plazenta sieht gut aus. Okay, dann haben wir's ja. Ja, genau. Und hab aber gesehen, dass es die Vier-Kilo-Marke mindestens erreicht, wenn nicht überschreitet. Das wollte ich jetzt noch nicht so sagen im Vorfeld, was ich natürlich bei Patienten immer mache, muss man auch dazu sagen. Bei Patienten kommuniziere ich das ganz offen, aber bei dir hab ich gedacht, ich denk's besser, wenn du's nicht weißt, weil das macht ja was im Kopf. Passt das doch nicht oder was ist jetzt los? Manchmal ist es nicht gut zu wissen oder gut etwas nicht zu wissen, sag ich mal so. Ja, war perfekt. Ich hab da bis dato auch gar nicht drüber nachgehalten, dass du mir das hinterher hast. Na gut, und dann war's irgendwie, die Große sollte an dem Tag sowieso bei meinen Eltern frühstücken, ne? Ja. Genau. Und ich bin um vier Uhr wach geworden nachts, weil das so übelst gezogen hatte. Und weil ich drüber war, hatten wir ein CTG hier eh zu Hause, damit wir nicht immer jeden Tag in die Praxis rammeln mussten zum CTG-Messen, genau. Warum ist das wichtig? Nochmal ganz kurz ausgeholt. Das CTG bei Terminüberschreitung. Ja. Weil bei der Terminüberschreitung ist es schon so, dass die Plazenta irgendwann, also ein Verbrauchsorgan, irgendwann die Funktion einstellen kann. Und das möchte man natürlich nicht verpassen in diesem Moment. Und deswegen guckt man schon, ist das Kind noch gut versorgt, hat es gute Kindsbewegungen und auch natürlich wegen der Wehen. Ja, genau. So, und ich konnte mir dann das schön selbst anlegen. Ich bin dann nachts einfach runtergekommen. Stimmt. Ja. Und da habe ich gedacht, ach komm, ich drehe mich nochmal um, ich schlafe nochmal ein. Ja. Und dann war es irgendwie 20 nach vier, dann wurde ich wieder wach, weil es so gezogen hat. Ich bin ja so, ich schlafe ja sofort mit einem, dachte ich, okay, ich versuche es nochmal. Dann bin ich irgendwie um zehn vor fünf, also 20 Minuten Takt, wieder wach geworden, weil es wieder gezogen hat. Dann habe ich gesagt, okay, das war jetzt irgendwie alle 20 Minuten, aber es wird jetzt, oder das letzte Mal waren es 15 Minuten, habe ich so auf die Uhr geguckt. Gehe ich mal runter, lege ich mich mal ans CDG und gucke auch mal nach dem Muttermund. Und dann hatte ich erst das CDG geschrieben und da hat es auch noch gezogen und dann habe ich den Muttermund getastet. Und dann habe ich gemerkt, boah, der Kopf ist, ich kann hier den Kopf richtig fest, der Muttermund war noch nicht wirklich offen, aber es war so, dass man wirklich merkt, das ist dong, es ist jetzt direkt kurz davor. Ja. Und das war so ein krasses, okay, das ist voll anders wie noch vor zwei, drei Tagen. Und das war schon mal super interessant und dann habe ich nochmal gewartet, ja, und dann wurde es schon recht schnell, recht kürzere Abstände. Ich habe geschlafen. Genau. Und die Große auch. Ja. Und dann habe ich erst zuerst meinen Vater angerufen, habe ich gesagt. Echt, der hast du vorher angerufen? Den habe ich erst Bescheid gesagt. Los, geht jetzt los. Ja, die habe ich angerufen und habe gesagt, ihr müsst auf jeden Fall heute nicht erst um neun oder zehn, die Große, wir bringen die nicht vorbei, aber normalerweise bringen wir die mal vorbei. Ihr müsst die heute mal abholen und wahrscheinlich schon so in der nächsten halben, dreiviertel Stunde. Ey, der war doch innerhalb von zehn Minuten da gefühlt. Ja, ich habe denen aber gesagt, dass sie noch Zeit haben. Ach so, okay. Genau. Und dann, genau, dann waren die aber trotzdem relativ schnell da. Und das war aber auch gut, weil so gegen, das war dann so gegen, ja, kurz vor sieben, eine Stunde später tatsächlich, oder anderthalb Stunden später, habe ich dich dann erst, habe ich euch erst geweckt. Ja, genau, ich sage so, das ist jetzt soweit, wir werden heute das Baby kriegen, wir fahren jetzt los gleich, Opa kommt schon, ist schon auf dem Weg. Ja, und die Große, für die war das halt super. Für die war das so, voll das Abenteuer. Voll das Abenteuer, Opa holt mich heute mal ab, voll cool und die waren dann halt weg und wir sind wirklich, ich glaube, vier Minuten, nachdem die weggefahren sind, sind wir auch losgefahren. Ja, wir hatten ja eigentlich schon alles an, nur noch gewartet, dass die weg ist. Kurz nach acht sind wir dann los, halb neun. Aber auch das nochmal, das Szenario war ja bestmöglich, die Große war ja eh schon verabredet mit den Großeltern, die hatten ja schon, also es war alles geplant. Es war für uns halt echt perfekt und ideal. Und zwar morgens, es war nicht eine blöde Zeit, zwei, drei Uhr nachts, sondern es war echt so richtig Genießermodus richtig, also ich habe mich total darauf gefreut. Endlich wieder in diesen alten Kreißsaal, endlich die Leute wiedersehen und endlich wieder diese Gerüche. Also es ist so krank und perfide, wenn man sich das überlegt, aber die Geburt, diesen Geruch, ich vermisse ihn so hart und dann wusste ich, ich rieche das gleich wieder und erlebe gleich mal wieder eine Geburt nach, nach zwei, drei Jahren. Da habe ich mich mega drauf gefreut, als wir im Auto saßen. Und die Autofahrt war aber schon ganz schön heavy, ne? Ja, ja, da habe ich schon ein bisschen drauf gedrückt. Weißt du noch, wir haben die Hebammen überholt. Die Hebammen haben wir noch überholt, genau, die kommen nicht aus der gleichen Ecke von mir und die ist auf die Autobahn gefahren. Die saß da so ganz entspannt, ich sage, wer fährt denn hier mit 90 lang, hier ist 100 und ich mit 120 vorbeigeht. Oh, das war Doris. Die kamen halt ein paar Minuten später als wir, aber war doch super. Ja, das war echt super. Aber wir hatten, irgendwie, es waren dann schon so 10 Minuten Abstände und auch echt heftig und echt regelmäßig. Also da war die Eröffnung halt schon echt voll im Gange. Geht schneller beim zweiten. Genau, also wir waren so um 8.30 Uhr da und eine Stunde später ist sie geworden, ne? Ja. Genau, also wir sind dann direkt in den Kreißsaal. Also du hast dann auch gesagt, nee, wir müssen direkt in den Kreißsaal rein, wir müssten irgendwo anders mehr hin. Und da lagen wir auch erst nochmal ganz entspannt, ne? Ja, da kriegst du ja Zugänge und Papierkram ausfüllen oder so. Bis dann mal so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, kam ja ständig jemand rein. Aber die Ruhe hatte ich gar nicht mehr. Ich stand da schon und ich musste schon voll veratmen. Ich habe das alles gar nicht mehr mitgekriegt. Ich habe das ja ganz für mich da gemacht. Du warst schon in deinem Tunnel, ja. Ich war schon voll in meinem Tunnel und dann irgendwann konnte ich… Ich konnte gar nicht schnacken mit denen. Nee. Ich habe die ewig nicht gesehen und dann… Und den Arzt haben wir dann auch wieder rausgeschickt, ne? Den Oberarzt. Den Oberarzt. Ja, aber ganz zum Schluss erst. Ja, genau. Also der ist ja auch ein befreundeter Kollege und der hat dann gefragt, soll ich denn dazukommen oder nicht? Ich so, wenn es jetzt nicht notwendig ist, dann bleibst du draußen. Ich bin ja da, Doris ist da, also was soll sein? Und so hat er es dann auch gemacht bis gleich zum Schluss. Und dann, ich habe ganz langes im Stehen versucht und irgendwann habe ich, das hatte ich bei der ersten Geburt auch schon, ich habe da total Kreislauf gekriegt auch wieder. Also die Wehen haben mich, das wusste ich aber von der ersten Geburt auch, weil ich wäre so unheimlich gerne in die Wanne gegangen, aber mein Kreislauf hat das nicht hingekriegt. Und deswegen musste ich mich halt wieder hinlegen. Aber ich lag diesmal auf der Seite. Ja. Und das war für mich auch viel, also ich habe mich selber auf die Seite gelegt, fand das auch irgendwie viel besser. Ja. Und dann hat das gar nicht so lange für mich von meinem Gefühl gedauert, wo ich dann selber, also ihr standet da nur dabei, habt mich da irgendwie machen lassen. Es war auch noch kein Blasensprung, nix, es war also alles noch … Genau, aber es war schon echt und irgendwann habe ich gesagt, ich muss jetzt fester drücken. Ja, du hattest einen Pressdrang. Ich habe einen Pressdrang, ne? Ich habe gesagt, ich merke das hier, das ist so tief, ich muss jetzt pressen. Und bis dahin hat Doris doch vielleicht einmal bei der Aufnahme untersucht, aber sonst gar nicht, ne? Die hat nur einmal untersucht und dann hat sie geguckt, aber sie hat auch gar nicht, sie hat nur geguckt, glaube ich, nur ge … Als du den Druck hattest jetzt? Als sie den Druck hatte. Ich weiß gar nicht, ob die nochmal getastet hat. Bestimmt. Ja, kann sein. Bestimmt nochmal kurz geguckt. Und dann hat sie gesagt, ja, Press. Ja. Und das … Und das nochmal zur Lage jetzt. Also klar, gibt es Geburtspositionen, die besser sind oder optimaler sind, so von der Anatomie, von der Schwerkraft. Aber wenn es einfach nicht anders geht, dann … und das hast du ja schon von der ersten Geburt gehabt, dann ist das so. Ich meine, was willst du dich hinstellen, wenn du dann kollabierst? Da ist auch keinem Gehäuse. Aber das ist was, wo ich mich immer nochmal ärgere. Ich hätte das so gerne eine andere Position nochmal gehabt. Selbst Vierfüßler ging ja auch nicht. Ging auch nicht, ne. Ich habe das nicht hingekriegt. Und das ist dann auch okay für mich gewesen, genau. Und ich lag dann da schön und mir hat mich schön in meine Decken eingemummelt. Das war auch gut. Ich bauchte immer so Decken um mich rum. Das hatte ich beim ersten Mal, obwohl es so heiß war, weißt du noch? Ja, ja. Da hatte ich auch die Decke immer voll krass. Also beim ersten Mal war es heiß, beim zweiten Mal war es noch nicht kühl. Aber gut, im Kreißsaal war es ja super warm. Ja, ja, da ist es immer auch. Und da habe ich mich schön eingemummelt. Und dann, ja, musste ich schon relativ … Also für mich war das im Vergleich zur ersten Geburt halt super schön, meinen Körper so zu fühlen. Und dann auch zu wissen, okay, jetzt ändert sich hier was von diesem normalen Wehen. Das ist jetzt ganz tief. Das will jetzt da raus. Ich muss das jetzt so … Das habe ich so richtig … Ja, und dann habe ich auch gepresst. Und die Phase ging gar nicht so lange, ne. Also die Phase ist ja völlig abgefahren. Das ist ja so die krasseste Phase von der Eröffnung zur Austrittsphase dann. Also so eine Art Latenzphase nennt man die. Und da ändert sich so eine Frau auch komplett. Also die Frauen merken es natürlich selber, dass sich jetzt irgendwas Krasses tut. Manch überfordert das auch, gerade beim ersten Mal, dass man denkt, jetzt überrumpelt es mich, jetzt wird es so intensiv. Aber auch so äußerlich ändern sie sich dann komplett. Du weißt, okay, jetzt ist die eine Phase abgeschlossen und jetzt geht es wirklich ans wirklich tiefer Treten des Kindes. Du hast mich voll beobachtet, ne. Ich habe das so aufgesogen. Es war also wirklich mucksmäuschenstill in diesem Kreißsaal. Die Doris hat ja kaum was gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wir haben nur mit den Augen kommuniziert die ganze Zeit, Doris und ich. Also wie in guten alten Zeiten. Und haben einfach die Frau machen lassen. Und es war so schön. Ich habe dich beobachtet im Gesicht. Ich habe natürlich geguckt, was die Vulva macht. Das klafft immer so schön. Also ich finde das toll, weil man äußerlich auch schon diesen Fortschritt sieht. Und da wusste ich auch schon so, also was Blöderes, dass jetzt bei der Öffnung irgendwas nicht passt oder falsch eingestellt ist, ist jetzt nicht mehr drin. Das Einzige, was ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte, aber auch völlig entspannt, dass das natürlich ein ganz schöner Wonne proppen wird. Und ob das jetzt gleich alles so heile bleibt und ob das so passt. Und ich hatte so richtig, ich habe mich dann so richtig gefreut. Also es war so richtig so, ich war so ganz in meinem, und es kommt und es passiert jetzt und ich schaffe das. Und wir sind schon so, also ich war so voll mental, ganz, ganz anders dabei als beim ersten Mal. Und das kann ich so jedem, wirklich jedem empfehlen, dass man sich da, das ist was Tolles. Das ist was richtig wundervoll Schönes und ihr könnt das und euer Körper kann das. Und geht, hört da drauf. Ich habe das beim ersten Mal, da war ich da einfach so überfordert, weil ich da, ich weiß auch nicht. Und beim zweiten Mal konnte ich das so richtig, jedes Gefühl und jede, ich habe richtig diese Wehen, wie man sagt, ja, geh mit der Wehe, genieß diese Wehe und nimm die Wehe an und nutze die. Und beim zweiten Mal ging das voll, habe ich das voll gemacht. Aber hattest du Schmerzen? Ja. Also es tut trotzdem weh. Mega, es tut natürlich trotzdem weh, ne. Aber ich konnte mit dem Schmerz viel besser umgehen und mit diesem, mit der Atmung dadurch auch, ne. Ich habe den auch echt weggeatmet, dem Schmerz. Das funktioniert. Ja. Das ist krass. Also zum Szenario, Mareike lag auf der linken Seite. Rechten Seite. Ne, auf der linken Seite lagst du. Du lagst mit dem Rücken quasi zu mir gebracht. Ach ja, doch stimmt, ja. Du lagst aber linken Seite. Ja, du hattest mein rechtes Bein. Das rechte Bein war angewinkelt, das hatte ich gehalten. Wir sehen das doch hier, oder? Ja. Genau, mach das mal vor. Die, die nicht hören, ich lage so, ja. Und, genau, also konnte ich natürlich, hatte ich einen schönen Blick jetzt auf das, auf das, auf die Vulva und so weiter und die Doris stand halt quasi im Gesicht zu dir und konnte ihr so ein bisschen ins Gesicht gucken, ja. So war das Szenario. Und dann musste ich richtig pressen zum Schluck und dann hat es wehgetan. Ja. Und das war auch das erste Mal, wo ich meinen Mund aufgemacht habe, wo ich gesagt habe, das tut jetzt so weh, irgendwas ist anders. Ja. Und vorher gab es noch die wahrscheinliche, ich habe es nämlich auch nicht gesehen, Eröffnung, Amniotomie, der Blase, der Fruchtblase. Ja, das hat die Doris gemacht. Das hat sie auf jeden Fall gemacht, auch wenn sie es gesagt hat, sie hätte es nicht gemacht, aber auf jeden Fall. Ich habe es aber auch nicht gesehen, weil ich gerade mit dir beschäftigt war. Also wenn dann quasi Austrittsphase, letzte, wirklich letzte Phase, da kann man ruhig die Fruchtblase dann auch aufmachen, damit wirklich so der letzte Impuls kommt. Ja. Und was rauskam, war kritzig grünes Fruchtwasser. Das ist ja auch etwas, wo viele immer sagen, uh, das ist aber ganz gefährlich. Also ganz optimal ist das natürlich nicht, weil man weiß, das Kind hatte irgendwie Stress im Bauch irgendwann mal gehabt, ob das jetzt in den letzten zehn Minuten war oder schon vor einer Woche, weiß man nicht. Und dann haben die halt Stuhlgang. Und deswegen wird dieses Fruchtwasser dann so grünlich. Aber grundsätzlich bedeutet das nicht, dass da irgendwas ganz Schlimmes jetzt im Vorfeld war. Und das passiert sehr oft in dieser Austrittsphase, weil die Kinder natürlich dann auch extremen Stress haben. Ja, und bei dir war es natürlich dann extremst intensiv, weil das Köpfchen schnitt dann ein. Also hat sich den Weg dann gebahnt durch, ja, durch die Vulva. Und das war dieses sehr intensive. Extreme Gefühl. Extreme Gefühl von, das ist spannend einfach. Das ist spannend. Und ich glaube, das ist auch da, da ist irgendwas mit meinem Steiß passiert. Ja. Da hat es richtig knack gemacht. Da hat es richtig knack gemacht gefühlt. Ja. Das hat so, von jetzt auf gleich, das war so ein krasser Schmerz, auch ein anderer Schmerz. Und da ist, also die linke Lage war schon gut, weil der Steiß natürlich, das ist schon, das ist ja so ein kleines Würzelchen quasi, was sehr flexibel ist. Das heißt, das kann man auch so wegdrücken. Viele Physiotherapeuten, die sich da auskennen, machen das tatsächlich auch schon vor der Geburt, dass man das mobilisiert, den Steiß, dass es ein bisschen weicher wird. Und da muss das Köpfchen halt echt dran vorbei. Und wenn man da irgendwie blöd draufliegt oder das einfach sehr steif ist, warum auch immer. Oder das Kind einfach sehr dick ist. Oder das Kind einfach sehr dick ist, dann kann das auch brechen. Das letzte Würzelchen da ab und das ist unglaublich schmerzhaft in der Zeit nach der Geburt. Viele, viele, viele kennen das. Muss nicht immer ein Bruch sein, kann angeknackt sein und da hängt auch der Beckenboden dran. Also das ist eine Aufhängung vom Beckenboden. Auch hier kann es zu Abrissen kommen, die dann auch schmerzen. Aber das Köpfchen steckte doch dann fest, da kam doch der Arzt dann rein. Also genau, das muss man auch noch mal erzählen. Das CTG, das läuft ja in Deutschland bei Geburt einfach kontinuierlich durch in dieser Austrittsphase. Das ist so vorgegeben. Und das CTG wird ganz normalerweise am Ende einfach schlechter. Das Kind hat Stress. Ich sage den Frauen immer, stellen Sie sich vor, sie werden im Zwei-Minuten-Takt untergeduckt unter Wasser. Also dann kriegt man einen erhöhten Herzschlag und da geht auch mal die Sauerstoffsättigung den Keller runter. Und das sehen die natürlich draußen. Draußen gibt es quasi so eine Station, wo die Hebammen und... Die ganzen Monitore sind dann da, genau. Genau, tausend Kreissäle da oder was heißt, tausend sind fünf Kreissäle aufgezeigt sind, wo immer ein CTG gerade läuft. Und wenn die CTGs natürlich schlecht laufen, dann fragt man mal nach. Nun wusste der natürlich von draußen nicht, wie weit sind wir, wo stecken wir. Er kam dann reingepoltert, weil er nur gesehen hat, ein katastrophales CTG. Und ich hatte ihm dann aber auch direkt suggeriert, dass alles okay ist, dass wir alles im Griff haben. Aber er hat nur so kurz gezögert, weil es wirklich schlecht war. Und Doris und ich hatten das natürlich auch gesehen. Aber ich wusste ja auch, das Köpfchen steht da. Und das Kind kann jetzt kein gutes CTG mehr haben. Es ist alles normal, es ist alles gut. Und es ist ja auch innerhalb von zwei Minuten jetzt gleich auf der Welt. Aber wir haben ja dann doch erst die Fruchtbrase aufgemacht. Dann war es erst die Fruchtbrase? Genau. Ich dachte vorher. Nee, nee, das Köpfchen stand, deswegen hat sie es gemacht. Ja, okay. Das Köpfchen stand und das hat mir dann so wehgetan. Und ich habe dann auch, weil sie war dann, glaube ich, auch so erschrocken, dass ich dann jetzt auf einmal rede. Oh, mal reingeredet, jetzt müssen wir handeln. Genau, weil ich einfach gesagt habe, okay, das ist jetzt irgendwas, das ist so, das tut jetzt so krass weh, irgendwas ist da. Und da hat sie auch gesagt, ja, das Köpfchen, sie hat dann auch kommuniziert. Das Köpfchen steht jetzt hier fest, du darfst jetzt mal kurz nicht pressen, du musst warten auf die nächste Wehe. Das war so schwierig, auf diese nächste Wehe zu warten, bevor ich dann weiterpresse. Warum macht man das? Bis man warten muss, weil man nur mit der Wehe pressen sollte, weil sonst die Kraft nicht ausreicht, dann verbrauchst du dich oder verbrauchst du deine Energie quasi. Und weil der ganze, weil die Wehe was… Man möchte natürlich auch, dass der Damm und so weiter auch ein bisschen gedehnt wird. Wenn das Köpfchen da steht, das ist so ein, also ich kann es nie nachvollziehen, aber das muss so ein intensives Ziehen sein, dass man denkt, es zerreißt einen gleich, man platzt gleich. Aber dieses Ziehen ist so wichtig, weil der Damm und alles Gewebe natürlich gedehnt wird für die nächste Wehe und dass das Köpfchen dann austritt, ohne dass was reißt. Je schneller da natürlich ein großes Kind durchrauscht, desto mehr kann das Gewebe einfach nicht nachgeben und reißt dann. Und das ist auch der Grund, warum man dann sagt, jetzt nicht pressen, einmal aushalten und danach nochmal mitschieben. Genau, und dann hat sie gemerkt, gleich kommt die Wehe, hat das aufgemacht. Ja. Und dann konnte ich pressen und dann kam sie raus. Kam sie raus. Was ich nicht mehr so ganz weiß, kam sie sofort im Ganzen raus oder mussten wir noch mit der Schulter, mussten wir noch Tonübungen machen? Sie kam im Ganzen raus, weil ich gerissen bin. Da hatte ich das nur in meinem Szenario schon im Kopf wahrscheinlich. Ja, ich bin gerissen, dann mit diesem Pressen, mit dem Köpfchen. Hast du auch gemerkt? Habe ich gar nicht gemerkt, weil sie kam dann raus und Doris hat sie dann mir direkt, wirklich Sekunden später. Tropfend noch. Tropfend, wirklich tropfend noch auf mich draufgelegt, ja. Und ich hatte in meinem Kopf schon, wenn das Köpfchen jetzt da ist, aber die Schultern, bei so größeren Kindern ist das so, dass die Schultern dann am Schambein oben hängen bleiben können, dann macht man am Anfang noch so Tonübungen, nennen wir das immer, so Mac Roberts Manöver, wo man die Beine so sehr stark anwinkelt. Ja, doch, das hat sie gemacht, sie hat mein Bein dann noch genommen, einmal noch zum Pseudo, genau, das hat sie gemacht. Damit sich die Schulter besser löst, ja. Und einfach, weil wir wussten, das Kind wird groß, also sie hat es natürlich auch sofort gesehen. Doris hat also keine Millisekunde, das ist aber ein Wunderproppen oder irgendwas hat sie gesagt, ne, das ist aber ein großes Kind, wiegt auf jeden Fall über vier Kilo. Auf jeden Fall. Das ist so krass bei so erfahrenen Hebammen. Die nehmen das raus. Das ist auch so, die wiegen dann genauso viel, wie die sagen. Ja, und dann kamen sie direkt auf deine Brust und. Genau, also Damm riss nochmal, muss man sagen, ne, beim ersten hat man einen Damm schnitten, beim zweiten Mal ist dann halt gerissen. Genau, auch an der Stelle, wo geschnitten wurde, das Narbengewebe reißt gerne oft mit, ja. Und Baby dann halt direkt noch mit Nabelschnur. So, wie war denn dieses Momentum, wo dieses Kind, also dieses, es muss doch so erlösend sein, wenn dieses Kind rauskommt. Ja, das ist schon schön. Also es ist spannend, es zerreißt einen auf einmal, ist doch so, muss doch sowas da sein, oder? Ja, toll, ist es auch. Und man ist so, man ist so stolz. Und hört, also ist man dann so, schreit es, schreit es nicht, oder war für dich alles cool? Ich wollte es sofort haben. Also es war für dich jetzt nicht die Frage, ist alles in Ordnung mit dem Kind, sondern es war einfach nur so ein, ich möchte es haben. Ich möchte es haben und selber sehen, gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja. Und war dann auch so. War auch so, war total gut, ja. Aber gequäkt hat sie nicht sofort. Spät, nee, nee, genau. Also Kinder müssen nicht schreien bei Geburt. Hat sie gar nicht, ne? Genau. Ist auch ganz wichtig. Alle erwarten immer das sofortige Schreien, wenn so ein Kind da ist. Stellt echt mal vor, ihr werdet da, also stundenlang da irgendwo durchgedrückt und ihr seid dann erst mal da und alles ist kalt und hell. Also die meisten Kinder sind erst mal so, okay, was geht hier ab? Und klar schreien viele, aber es muss nicht sein. Es muss auch nicht gleich bedeuten, dass es was Schlimmes ist, nur weil das Kind nicht schreit. Nee, genau. Und sie war dann auf mir drauf und dann hat sie so, dann hat sie auch so umgeguckt, ne? So, ganz süß. Und du hast doch was unglaublich Schönes gesagt, wo ich noch nie drüber nach, ich weiß nicht, wie viele hunderte Geburten ich erlebt habe. Das hat noch nie eine Frau zu einem Kind gesagt. Ich habe sie über den Kopf gestreichelt, ne? Und du hast gesagt, auf Holländisch, das kennst du noch nicht. Ja. Und das stimmt. Ich so, klar, das Kind wurde noch nie gestreichelt übers Köpfchen. Diese Berührung. Sie fand das so schön. Ja, diese Berührung kennt dieses Menschlein noch gar nicht. Und das fand ich so rührend, da habe ich gesagt, krass, ja, stimmt. Das kennt die noch gar nicht. Das hat noch niemand gemacht und du bist die erste Version, so ein Streichelreiz im Gehirn. Streichelreiz und auch überhaupt, ne? Dann dieser, das ist ja voll krass für so ein Kind, dann überhaupt zu atmen und was da alles passiert. Du hast mir das vor der Geburt, aber das war ich auch voll interessiert diesmal. Was passiert eigentlich mit dem Baby? Wie funktioniert denn das mit der Nabelschnur? Warum ist denn dann die Lunge offen und so? Auch der ganze Kreislauf, der sich dann ändert. Wie funktioniert das? Warum schaltet das von jetzt auf gleich? Was verschließt sich wo und so weiter? Das war auch super interessant. Durch die Druckverhältnisse verschließt sich das eine Gefäß. Dann wird die Lunge durchblutet und auf einmal können die natürlich atmen. Innerhalb von Sekunden, ne? Ja, das ist crazy. Das ist wirklich ein Wunder. Und dann hatte ich die da und das war mega schön. Und ich war so stolz. Ich war so richtig, ich war so richtig. Und ich kann auch nicht mehr sagen, was Doris da gemacht hat in dem Augenblick, weil ich dann wirklich ja nur auf euch beide. Die hat das genossen. Ja, ja. Die stand auch daneben. Die hat das total genossen. Die hat uns einfach angeguckt, ne? Ich hab keine Ahnung, aber ich war dann so auf euch fixiert und war so glücklich, dass ich gar nicht mehr drauf geachtet habe, was jetzt so im Nebengang passiert ist. Und so war diese Geburt für mich im Endeffekt doch echt super selbstbestimmt. Ja. Du hast genau das gemacht, was du wolltest. Und was mein Körper wollte, ne? Ich hab da voll auf mich und meinen Körper gehört. Und gut, es ist jetzt aber auch gut gegangen. Es hätte ja auch anders sein können, ne? Ja, klar. Das muss man auch einfach sagen. Da hatten wir einfach Glück. Aber dadurch, dass ich diese Geburt nochmal erlebt habe, kann ich jetzt halt sagen, Geburten sind was ganz Schönes, Tolles, Stärkendes im Endeffekt. Und hätte ich nur das erste Kind gehabt, hätte ich das nicht gedacht. Ja. Wobei du das nicht von den Schwangerschaften an sich behaupten kannst. Nee, schwanger werde ich nie wieder werden. Das haben wir ja abgehakt. Wir sind mal gehasst, es schwanger zu sein. Da muss man echt sagen. Also das ist ein schöner Umstand, aber es ging dir so dreckig. Beide Male. Das heißt, du kannst nicht sagen, ach, beim zweiten Mal schwanger sein war viel cooler, weil ich war viel relaxer. Aber das ging dir einfach auch kacke. Genau, das ist halt ein anderes Thema. Aber gerade jetzt, oh Gott, ich tue die. Gerade jetzt, weil man halt diesen direkten Vergleich hat. Und ich dann einfach nochmal dachte, okay, diese Geburt hat meine erste Geburt nochmal relativiert. Also so, da war ich wirklich, wusste ich nicht, was abgeht. Und kann einfach nur jedem empfehlen, sich echt absolut bestmöglich irgendwie drauf vorzubereiten. Nachgeburt hast du mitbekommen, Plazenta. Musste ich einmal nochmal pressen. Ja. War gar kein Problem. Nö. Kam dann einem raus. Also du hast dir das angeguckt, ne? Ja, ich wollte es nochmal sehen. Hattest du, glaube ich, beim ersten Mal auch. Haben wir sie mitgenommen. Oder haben wir sie auch mitgenommen. Gingotrauf gepflanzt, der dann eingegangen ist. Das war aber auch Hochsommer. So irgendwie bei 42 Grad Bäume zu pflanzen, ist jetzt nicht die beste Idee. Ja, und diesmal haben sie sie nicht mitgenommen. Aber du hast sie nochmal ganz intensiv angeguckt. War eine riesige Plazenta. Also so groß wie das Kind. Ach ja. Wie viel hat sie denn gewogen? Wollen wir das sagen? Das waren auf jeden Fall über der vier Kilo Marke. Über vier Kilo. Ja, mehr braucht man nicht zu sagen. War auf jeden Fall ein dicker Brummer. Was Doris gesagt hat. Und super lang. Und lang ist sie heute noch. Das Gewicht hat sich verwachsen. Ja, und die, ich wurde dann genäht noch. Ja. Und das war, also sie ist um kurz vor neun. Also ich habe es nicht genäht, sondern der Kollege, der da war. Genau. Wollen wir auch dazu sagen. Kurz vor zehn ist sie geboren, ne? Ja. Also um halb neun waren wir da. Und um kurz vor zehn, anderthalb Stunden waren wir nur da. Ja. Ist sie geboren. Und um zwölf waren wir schon wieder zu Hause. Ja. Ja, genau. Also wir sind, wurde genäht. Dann haben wir da noch ein Mittagessen abgekriegt vom Krankenhaus. Ja, stimmt. Was gab es? Du hattest da irgendwie Käsespätzle oder so, weißt du noch? Ich weiß es nicht mehr. Das habe ich keine Ahnung mehr. Ich weiß nur noch, dass wir beim Nähen, hast du von der ersten Geburt, gibt es immer diesen Hymenalsaum, heißt das. Also das Jungfernhäutchen von früher. Oder auch andere Vaginalbürzelchen, die dann so übrig bleiben. Das ist wie so ein kleines Schleimhautbürzelchen. Ja, stimmt. Das haben wir weggemacht. Ja. Und das hat dich so gestört immer schon, dass wir dann gesagt haben, ob wir das dabei auch noch wegmachen können. Das hat er dann auch gemacht. Ordentlich Betäubung rein. Genau. Und auch dann, kann man auch noch mal sagen, wenn man so genäht wird, auch hinterher, darf man echt ordentlich Ibuprofen nehmen zu Hause auch noch mal. Viele denken, ah, das geht nicht wegen Stillen und so weiter. Nee, Schmerzen muss heute keiner mehr leiden. Und das sind einfach auch echt unangenehme Kackschmerzen da in einem Bereich, wo eh alles gerade geschwollen und wund ist. Da auch noch so Nähte zu haben, ist nicht schön. Wenn es vermeidbar ist, ist natürlich super, aber es ist manchmal nicht vermeidbar. Genau. Also ich wurde ordentlich betäubt. Das kann man ja auch noch mal sagen. Ja, wie gesagt, hau rein. Und dann abends, gut, eingeschlafen am nächsten Tag, bin ich aufgewacht mit einem Steißbeinschmerz. Der, weil ich dachte, also weil ich halt noch alles betäubt war natürlich, habe ich das bis dato gar nicht gemerkt. Und dass dann so abends am nächsten Morgen diese Betäubung komplett weg war, ich konnte halt nicht sitzen. Du konntest für drei Monate nicht sitzen. Ich konnte für drei Monate nicht in den Rücken lagen. Richtig. Ich musste immer so nach vorne gebeugt stillen oder ihn liegen. Das war schon echt Horror. War nicht schön. Nee, das war nicht schön. Gut, aber wie war denn das nach Hause kommen? Wir waren zu Hause und die Große war ja noch bei Opa und Oma. Ja, ja. Das war auch nochmal schön für uns. Genau, nochmal unsere Atmosphäre, das Baby einfach zu genießen und nochmal Hallo zu sagen. Und mein Wochenbett zu beziehen. Ich bin dann ins Bett. Ich war viel entspannter bei der Rückfahrt, muss ich sagen. Beim ersten Mal war ich ja bei der Rückfahrt, wo ich dachte, okay, du legst hier quasi jetzt so ein Neugeborenes ins Auto und fährst damit über die Autobahn zurück nach Hause. Ich gar nicht. Weißt du noch, was wir gemacht haben? Nee. Ich wollte doch neben ihr sitzen. Beim ersten Mal jetzt? Nee, beim zweiten Mal. Du hast sie vorne angeschnallt und ich saß hinten. Oder ich saß vorne und sie saß alleine hinten. Ja. Und dann mussten wir doch Anis Stuhl noch umbauen. Ach so. Das stimmt. Du hast total geflucht. Mareike musste dann noch irgendwelche Kinder-Sitze da ausbauen und umbauen, damit sie neben dem Kind sitzen kann. Ja. Nee, verstehe ich ja auch. Weil wenn die im kleinen Auto von dir gefahren sind, wo halt hinten keine drei Sitze nebeneinander passen, dann habe ich den auch so verflucht. Ich wollte die ganze Zeit mit meinem Auto fahren. So, nein, wir fahren einfach mit meinem. Das passt aber hinten her. Ich wusste aber, dass man auf dem Hinterhof gut parken kann, wenn man kein riesen Schlachtschiff hat, sondern einfach so einen kleinen Blitzer. Konnte man besser direkt illegalerweise parken. Ich wollte mich nach 200 Metern nochmal anhalten und ich da irgendwie gerade frisch entbunden diese Sitze rausgebaut. Ja, war herrlich. Ja. Das stimmt. So war die Fahrt für mich eigentlich ziemlich entspannt. Ich war diesmal nicht so, dass ich ... Nee, dann war es auch gut, als ich neben mir saß hinten. Und zu Hause das Ankommen war natürlich auch richtig megaschön, ja. Ja, und dann kam die Große irgendwann. Wurde dann ... Der Opa hat es natürlich schon gesagt. Wir haben gesagt, sag aber nix. Es wird eine Überraschung und so weiter. Nee, die Oma hat es direkt gesagt. Ja, das ist doch auch okay. Ja, total. Die hat sich auch gefreut. Ja, und die kamen dann zurück und das ist auch ein komischer Moment, ne, wenn der so die ... Sie ist auf einmal große Schwester und da ist auf einmal so ein Baby, von dem du natürlich vorher immer gehört hast, aber was ja nicht real ist für so ein ... Und sie war doch am Tag zwei oder so total enttäuscht, dass sie wirklich nix kann. Ja, wir haben es ihr doch vorher gesagt. Die kann noch nicht spielen. Kein Paw Patrol, nix. Die schläft viel und schreit. Und weint ganz viel, ja. Ja, ja, okay. Und dann so, oh, ist ja echt so. Die kann ja wirklich nix. Voll nervig. Nee, aber sie war von Anfang an auch zuckersüß zu ihr, muss man echt sagen. Ganz große Schwester, ganz behutsam und das ist sie heute noch. Auch wenn es jetzt natürlich so langsam losgeht mit Spielzeug wegnehmen und Spielzeug kaputt machen. Bist du müde? Ja. Okay, wir machen auch gleich Schluss. Entschuldigung. Ist sie trotzdem, sind die herzallerliebst zusammen. War ja auch so ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, wird das eine Eifersichtlei? Das kann auch nochmal anders werden, ne? Das kann auch nochmal anders werden, das hätte auch schon anders sein können. Ja, also die sind jetzt schon irgendwie ein Ablonei, aber ... Das hätte auch schon anders sein können. Ja, genau. Deswegen, bis jetzt alles tippitoppi. Mit Umgang mit Schmerzen wird ganz viel gefragt. Wie waren die Schmerzen für dich persönlich oder am besten auszuhalten oder am angenehmsten? Tatsächlich, um den Schmerz wirklich anzunehmen und den als was Gutes zu sehen, dass diese Wehe deinem Körper hilft, dieses Kind zu gebären. Es klingt immer total eh so, aber die Einstellung zur Geburt an sich oder auch zum Schmerz macht 80 Prozent wirklich aus von dem, was du wahrnimmst. Und wir haben so viele Frauen erlebt, die unterschiedlich rangehen an ängstlich, angespannt, natürlich, das ist ja auch klar, wo der Schmerz dann auch einfach viel intensiver wahrgenommen wird als Frauen, die den für sich angenommen haben. Und Atmung ist, glaube ich ... Und Lächeln. Ich habe wirklich aktiv mich immer erinnert, dass ich lächeln muss. So bescheuert sich das auch anhört. Doris dachte noch nicht, du hättest einen geraucht vorher. Ja, aber das hat mir so geholfen. Genau. Also dadurch, dass du deine ganzen Gesichtszüge, das macht was mental mit ein. Die Kiefermuskulatur und Beckenbodenmuskulatur hängen direkt zusammen. Ah, siehst du? Ist das nicht crazy? Das ist crazy. Das heißt, indem du deine Muskulatur hier im Kiefer entspannst, entspannst du deinen Beckenboden und andersrum auch. Ja. Wissen die wenigsten. Also, ne, das kann ich ... Also ich habe immer geatmet und gelächelt und wenn ich gemerkt habe, okay, dieser Schmerz wird gerade zu krass, dann habe ich wie gesagt, der Schmerz hilft mir, die Wehe ist gut, die hilft meinem Kind, den Weg rauszufinden. Ich nehme das lächelnd an. Und ich würde sagen, mit einem guten Geburtsvorbereitungskurs wird das natürlich auch abgedeckt und das hilft auch bei einer ersten Geburt, wenn man den Schmerz noch nicht kennt. Ja. Anders natürlich, aber es hilft trotzdem. Ähm, hier fragen zum Beispiel auch noch, warum wir uns für das Krankenhaus entschieden haben und nicht für ein Hausgeburt. Das hatten wir auch schon mal ein paar Mal, ne. Also ich hätte das total gerne gemacht, muss man auch einfach mal sagen. Ähm, aber Konstantin ist da einfach, hat zu viel gesehen, ist ja immer, ne, zu viel erlebt, weiß auch einfach zu viel und fühlte sich dann zu sehr in diese Verantwortung, falls irgendwas passiert, ne, das hätte er sich auch niemals verzeihen können. Und wir sind hier einfach zu weit weg. Kann man ja auch, wir sind nicht innerhalb von zehn Minuten im Krankenhaus. Ja. Wir müssen fast über eine halbe Stunde fahren. Und wir sind natürlich da in einen Krankenhauskreis gekommen, wo ich alle kenne, wo ich alle Wege kenne, wo ich mich wie zu Hause gefühlt habe und auch noch fühle. Ähm, deswegen war das jetzt natürlich für uns von der Atmosphäre her eine ganz andere. Wir wussten, welche Hebamme da sein wird. Wir wussten, wie die Geburt ablaufen wird in ungefähr, wie da mit uns umgegangen wird. Ist natürlich auch noch mal was anderes. Ja, das stimmt. Da weiß ich ganz genau, das ist, das ist genauso, wie wir es wollen. Es hilft selbstbestimmt. Und wenn was ist, sind da hochprofessionelles Personal, was uns hilft. Safe Space, genau. Und deswegen konnten wir auch relativ schnell ambulant auch wieder abzischen. Hier ist auch noch mal schön. Ja. Das Konzernensgefühle als Gyn und dann als Vater. Untergeburt. Anders wie beim ersten Mal, da war ich ja auch aufgrund der vorherigen äußeren Wendung, gab es ja ein Momentum so von zehn Minuten, wo ich richtig Angst hatte, als du da so weggetreten warst, hatte ich jetzt beim zweiten Mal nicht den Hauch von Angst oder sowas, sondern ich habe es so genossen, wirklich. Nicht nur eine Geburt mal wieder zu erleben, sondern einfach, weil ich dich auch gesehen habe, wie du damit umgehst. Das ist natürlich für die Partnerin, den Partner, der daneben steht, schlimm, wenn da jemand völlig Schmerzen leidet und es irgendwo nicht genießen kann. Und wenn man merkt, da genießt jemand, was da gerade passiert, ist das sehr schön. Also ich fand das unglaublich toll. Und auch nach der Geburt, so eine zweite Tochter? Ja, mega. Also es ist natürlich, beginnt das Leben wieder bei null irgendwo gefühlt, man muss sich neu finden. Aber ich hatte mir, hätte ich es mir wünschen können, hätte ich mir natürlich wieder ein Mädchen gewünscht, weil ich aber ein Mädchenpapa bin. Und ja, als ich die zwei da gesehen habe, war es schon crazy, was man da gemacht hat. Was kann man mitnehmen? Muttermundtasten, mega Skill, Geburtsvorbereitungskurs, super, super hilfreich. Und wirklich euren Körper vertrauen und versuchen, das anzunehmen. Ja, trotz aller bescheuerten Storys, Geschichten, die man so im Internet lesen kann und was natürlich ausgeschlachtet wird, ist Geburtshilfe oder Geburt etwas sehr, sehr Schönes und sogar was Heilsames, wie wir jetzt gelernt haben. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat gefallen, es war nicht zu lang und lasst doch heute mal in den Kommentaren mal ein bisschen Feedback da, wie ihr eure Geburt erlebt habt. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Mal sehen, wie unsere dritte Geburt wird. Die aufmerksamen Follower wissen, das ist unmöglich. Jedenfalls mit dieser Konstellation hier. Jedenfalls mit dieser Konstellation hier. Wer, wenn wir uns当然 haben, lass uns Lukef знаешь, tendency nach oben drauf Пос tongue-asti in die Kabinett retreat sind jetzt McMinn, also bei den Galen über die Einstrecke Routen ein Schwyke brett som Mulan aus an dem 2. Father, wenn wir uns 2050 über Mad Game China haben! Ja Catalina, wasası wir fast zu Force-じゃi. Mh armour da dort, woanders wie ein bisschen heißer! Wenn man vielleicht wieder darüber nachắngage ist,oslich glib western-aches. Und das ist tatsächlich sehramental, wird in »ist